Der Osterhase Der Osterhase kommt dieses Jahr mit seiner schönen Maße. Das dauert lang. Wie spät ist es, Liesl? Es ist schon 5 vor. 5 vor was? 5 vor Ostern ist es schon. 5 vor Ostern bedeutet so viel wie 7 nach Weihnachten. Das müssen wir schnell machen. Brauchen wir ein Ei? Ja. Wie geht das? Eigentlich kein Problem. Da muss man festdrücken. Dann kommt es meistens. Man muss doch ein bisschen laufen über die Wiese. Wegen der Bewegung. Dann rutscht es besser durch. Das probieren wir jetzt. Machen wir das. Aber gleich. Jetzt lege ich ein Ei, Liesl. Hass auf. So geht das. Warte mal. Kikeriki habe ich gesagt. Ja. Das geht ja gar nicht. Wieso? Du bist ja ein Hahn. Das geht ja nicht. Ja. Also. Dann musst du das einlegen. Ja genau. Los geht's. Ok. Ich trau mich nicht, weil wenn ich es lege und den Falz runter dann ist es kaputt und das will ich nicht. Also. Das darf nicht kaputt werden. Dann fang ich's auf. Pass auf. Pup. 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 So. 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 TSCOS. Ist nix drin. Geht auch nicht. Weißt du was? Das geht halt nicht. JAKU, wir haben keine Oste-Eier. Wir fragen die Profis. Lieber Frau Henne, die ich noch nicht kenne, den Hallo. Ich sprech mit Ihnen. Hallo. tresp. Wir brauchen ein Ei, Fion's. Ja. Können wir uns ein Ei geben? Der baut den. Ja, die, hallo, 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 Hicke, halt, den Bleipinkel, der Name des Osterhasen, den Bleipinkel, hallo, hallo, Hicke, jo, ja, komm, ich, hab ich, hab ich, hab ich, ich, hab ich, los, Hicke, heil weiter, Hicke, hallo, Hicke, hold, Hicke, oh, Hicke, du tun sich ganz lieb verlocken. Jo, und dich streicheln. Ja mit streicheln und so vielleicht geht das besser. Hallo, verm bacterial hier. Ja, bleibðin. Hallo, hńde hoch. Hallo, 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 hńdy. Komm, wie kannste dir eier legen, wie kannste dann eier legen, komm. Ja, kannst wir uns jetzt zeigen. Jetzt haben wir es. Und jetzt schauen wir, ob sie es kann. Achtung, konzentrieren. Oh, so schön. Unser erstes Ostei. Liesl, das ist kein Ostei. Das ist ja gar nicht bunt. Du musst dich konzentrieren auf ein buntes Ei. Wir zeigen dir die Farben, die wir brauchen. Meine Lieblingsfarben sind zum Beispiel Himmelblau, Herzrot und Gelb wie die Sonne. Himmelblau, ja. Zeig sie mal ganz genau. Zeig sie mal vor die Augen. Schau mal, schau mal. Einer Profi. Hast du es gesehen? Musst du vor die Augen halten. Und jetzt? Eins, zwei, drei. Osterzauberei. Und? Ups, da kommt was. Wo? Da kommt schon wieder ein paar. So. Seist du? Seist du bitte so doll. Und was sagen wir jetzt? Frohe Ostern! Ich bin信gen. Ich bin film. Ich bin lustig. Und wie auch die Häuser hier. Ja. Ich bin lustig. Und wie auch die Häuser. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Vielen Dank.